Der Chefsicherheitsberater des ungarischen Ministerpräsidenten Orban warnt vor einer erhöhten Terrorgefahr durch illegale Migration in Europa. So könnten laut Georgi Bakondi auch Terroristen des IS, von Al-Qaida und den Taliban über den Balkan unbemerkt nach Europa einreisen. Das sagte er bei uns in die Welt. An der ungarischen Grenze sollten demnach bereits Personen aufgegriffen worden sein, die Anschläge in Europa geplant hatten. Auch die Zahl der illegalen Migranten erhöhte sich laut Bakondi trotz des EU-Flüchtlingsdeals weiter. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.